Herzlich Willkommen zu einer weiteren Live-Behandlung hier bei MAC Ästhetics. Heute dreht sich alles wieder um die Zornesfalte, beziehungsweise um Falten, die seien jünger aussehen und nicht so böse ausschauen. Das bewirkt ja leider die Zornesfalte und daran stört sich unser Patient. Und deswegen hat er sich für eine Faltenbehandlung entschieden, in Kombination mit Botox und Hyaluron, um die Mimik natürlich nicht zu verlieren. Und man hat am Anfang schön gesehen, die Zornesfalte ist schon sehr ausgeprägt gewesen. Und jetzt sehen wir ein kleines Zwischenergebnis. Und da kann man auch direkt so einen Soforteffekt erkennen. Natürlich sehen wir den Patienten nach 10 Tagen bis 2 Wochen wieder zur Nachuntersuchung. Das ist nochmal ganz wichtig für Feinkorrekturen. Aber jetzt können wir uns erstmal zufrieden verabschieden und wünschen noch einen schönen Tag. Bis dahin!